Kritik haben, die auch wahrheitsgemäß ist, weil wenn ich alles gut machen würde, wäre ich viel weiter, hätte ich sicher mehr Aufruf, weil das gibt es nicht und die Leute würden mich auch abonnieren, die das zu mir sagen, oder? Was denkt ihr darüber? Es ist doch so. Und es wird Nacht. Ich glaube, ich gehe wieder mal ins Heier Heier. Und ab in die Heier und nach unten. Und nach... Ich weiß nicht, warum ich so viel Raum hier brauche, aber hey, Berggruen sind cool, Junge. Und ab ins Bett. Und es wird Tagsession. Ich glaube, als nächstes müssen wir fast Glowstone fahren gehen. Denn Glowstone in meinem Haus ist fast schon alles abgehakt, aber nur hier in der Bergbude werden wir das dann auch dringend benötigen und ich sollte, glaube ich, auch Stein holen. Und Glowstone, weil dann werde ich das auch gleich hier auf dieser Etage machen. Mit den Glowstones sind hier drin, glaube ich. Ja. Und hier drin, ja, sind Glowstones auch hier habe ich die. Und unten muss ich schauen. Oh, hier habe ich auch nichts. Hier aber. Und hier. Das heißt, ich werde hier mal den Raum hier Glowstone-isieren. Sagen wir mal so oder so. Wo fange ich denn an? Wo fange ich denn an hier? Weil könnte sowieso mal die Steine fertig brutzeln. Geht das hier so? Ja, das ist schon mal sehr gut. Und dann setzen wir mal die drei rein. Nichts Hass, und dort kriege ich auch nur wieder drei. Naja. Das sind dann solche Dinge, die dann nerven. Aber na, schauen wir mal. Geht sich das hier aus? Ich muss es mal so überprüfen. Ob sich das lohnt, wenn ich bis hier rübergehe? Ja. Perfekt sogar. Perfekt. Oh, hier ist die Kiste im Weg. Und dann machen wir das mal so. Bis am Ende des Raumes. Und dann gucken wir mal, was... Und wenn ich nach oben schaue, habe ich sowieso immer mehr FPS als wie sonst. Okay, hier sieht das dann ein bisschen anders aus. Aber das macht nichts. Hier sollte auch... Mich stört das eigentlich gar nicht mehr, dass der Glowstone dann so endet. Früher hat das mich sehr gestört. Aber jetzt nimm mal eigentlich, weil es nur eine Trennwand ist. Und die Trennwand soll uns wirklich nicht aus dem Konzept hier bringen. Dann haben wir mal das alles hier installiert. An Lichttechnik quasi. Und diese Fackeln lasse ich dann noch als Deko hier quasi. Die jetzt noch hängen. Das sind Deko. Ja. In diesem Raum. Ja, genau. Wir haben gesagt, immer zwei in der Tür. Das könnten wir auch lassen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Und hier machen wir das dann so quasi. Oder? Ich weiß nicht. Ja, komm. Das können wir so lassen. Hier geht sie runter. Hier habe ich noch eine sehr schöne Aussicht nach draußen. Ja. Ich weiß nicht, ob dieses Loch sich auch mal schließen wird. Aber das wird wahrscheinlich sehr viel Aufwand für dieses kleine Plätzchen hier. Aber es ist halt der Zubau. Mehr oder weniger. Zu dem Haus. Am Anfang halt nicht da war. Und naja. Hier unten ist sowieso alles, wie es ist. Gut. Glowstone ist hier abgeschlossen. Auf dieser Etage. Dann machen wir auch hier mal ein glowenden Stone rein. Und hier funktioniert das Prinzip schon mal nicht so, wie ich es haben möchte. Und die Musik kommt mir vor, als würde ich sie zum zweiten Mal jetzt hören. Aber das hier passt mal. Und wie sieht es hier aus mit dem Prinzip? Warte mal. Das hier raus und das hier rein. Ja, das ginge. So ging es. So, schauen wir mal, wie das hier dann so aussieht. Und ob sich das Muster dann auch hier vervollständigen würde. Und wie dem auch sei. Ich gehe gerade wieder unabsichtlich wegab. So. Und das Tiedemholz kann ich dann wieder nachher irgendwas anderes sinnvolles bauen. Äh, das war nix. Und zwar das mal so. Mal so. Aber das kann ich schon mal machen. Hier. So, das kann ich lassen. Finde ich zumindest. Dann ist hier quasi noch eine kleine Einbuchtung, die ja nix zu bedeuten hat. So. Hier kann ich dann auch mal die Fackeln vom Boden wegmachen. Das war ja auch noch immer so eine Sicherheitsfrage. Aber das hier könnte ich machen. Das sieht zum Beispiel wieder gut aus. Und so weiter. Und so fort. Ohne ist bereinigt. Von solchen Dingen. Vielleicht kommen hier noch ein paar Dinge rein. Die mich so jetzt da... Ähm, stören. Ah. Stören, sage ich, die, die jetzt reinkommen. Ne, die mir im Herzen liegen. Sagen wir mal so dazu. Und dann... Ich hoffe, das Muster lässt sich vervollständigen. Sonst hätte ich jetzt langsam hier ein Problem. Deswegen fange ich auch mal von dieser Ecke hier an. Zu graben. So. Zwo. Das muss ich das halt in der Mitte ein bisschen anders lösen. Ist nicht meistens so. Aber naja. Geht sich nicht aus. War klar. War fast klar. Wir haben hier drei. Hier haben wir vier. Okay. Das ist echt problematisch. Soll ich hier dann... Das heißt, ich mache hier auch noch eins rein. So. So lässt sich das Ganze dann vervollständigen. Denn hier ist der Abgang. Der Abgang ist quasi die Mitte dieses Raumes. Anscheinend. Anscheinend ist es wirklich so. Und deswegen werden wir das auch dementsprechend kennzeichnen mit dieser Anordnung der Glowstones. Hier. Und deswegen werden wir so weiter bauen. Glowstone für die Decke. Glowstone für die Decke. Und hier wird dann auch nur eins runterführen. Oder soll ich das dann wieder so quasi abtrennen? Ich glaube, ich trenne das hier ganz... Hm. Ne. Ich trenne das nicht so ab. Ich lasse das offen noch. Mache ich es dann hier auch mittig. Ich glaube ich... Hm. Eins, zwei. Baff. Eins, zwei. Baff. Eins, zwei. Baff. Ja, das geht sich so aus. Aber. Das muss ja noch so sein, wie es sollte hier. Dann machen wir das so. Mit den zwei nebeneinander aus Symmetriegründen. Das leckt hier zeitweise schon. Das heißt, dass ich wieder länger aufnehme. Keine Ahnung wie lang insgesamt. Auf jeden Fall. Oh. Skelette-Power. Wuuu. Alter, wie viele Skelette hier sein können, gell? Alter, das ist wahnsinnig. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Wow. Hammer. Ja, schießen auf mich. Ja. Ich kann so viel schießen, wie du willst, Skelette. Hammer. Ja, ich glaube ich, das ist ein bisschen so besser. Alter. Alter, was hier los ist. So. Äh. Besser. Weder was essen. Selbst mit der... Alter, wie ich aussehe. Ich habe einen Pfeil im Mund. Alter, Falter. Das ist ja geil. So. Glowstone-Modus abgeschlossen. Das heißt, ich bekomme wieder ganz viele Fackeln. Glowstone war hier. Und daweil kann ich... Erstmal wieder... ...das ablegen und... ...mir... ...so... ...n paar Level gönnen. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und wir sind Level 19 wieder. Und das ist in einer Aufnahme. Aber ich... ...nehme ich alle mit. Na, egal. Ist doch Wurst. Sagen wir mal so. Jetzt haben wir wenigstens wieder Steine. Und ich bin mir noch immer unschlüssig, was ich hier reinbauen soll. Für eine Farbe an Wolle. Ah, für... ...boh. Ah, was für eine Art an Wolle. Was für eine Farbe von dem Boden her, natürlich. Und das ist hier ein geheimer Aufwand quasi. Schon fast. Möchte ich sagen. Und hier hat sich jetzt... ...n bisschen was getan. Okay. Äh. Ich komme hier hoch und es ist schön unter Finster. Das... Das habe ich nicht gern. Aber was soll es denn? So. So. Wir haben wieder viel heute geschafft, muss ich sagen. Ja, ja. So schnell vergeht die Zeit. Alter, falter. Ich weiß noch, wie wir hier in dieser Welt angefangen haben. Auf Folge 30. Und jetzt ist schon sowas draus geworden. Unbegreiflich einfach. Unbegreiflich. So. Hier im... Ah, im Pornofenster. Im Panoramenfenster. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. So. Und dann... ...bauen wir da das hier. Hier. Nein. Ah, ich bin Flint. Ich liege hier rum. Ich bin dumm. So. Ich bin Flint. So. So. Und so, so, so. No return after. Hm, hm, hm. So. Ich weiß, ich musste wieder das mal trallern. Ich darf auch nicht zu viel trallern davon. Jetzt habe ich Probleme, dass meine Videos in Deutschland freigegeben werden. Was ich schon einige Male hatte. Ich frage mich aber nur warum. Denn so, da war ja nichts drin. Und was jetzt nicht mir gehört hätte. Oder wo ich nicht eine Erlaubnis für hatte. Das war dann ein bisschen komisch, meiner Meinung nach. Und hier passen doch perfekt fucking rauf. Einfach so. Wie kommt das dann? Ja, komm. Ich mach das dann so. Obwohl. 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 Hm. So. Vielleicht. Und dann noch hier. Und dann. Zwei weiter rein. Keine Ahnung. Soll ich es nicht wagen? Ich wage es zu bezweifeln. Hahaha. So. Das hier passt dann aber. Beziehungsweise muss. Gut. Gut. Uh, uh, gut. Hm. Das brauche ich denn nicht. Ja, das 14. Die 14 Dirt kann ich mir sparen. Aber naja. Wir kennen es ja. Wie es hier so abläuft in diesem Let's Play. So. Und dann nochmal Dirt reinhauen. Nein, nicht hier. Sondern hier. Gut. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Alter. Wo kommt der denn schon wieder her? Wie der auf einmal wieder runterjammt. Das ist doch nicht schön. Und wenn der hier... Oh, der hat so viel Damage bekommen. Geil. Und es fängt schon wieder an zum Lackern. Das heißt, ich sollte bald aufhören zum Aufnehmen. Dem Rat vom Spiel werde ich natürlich entgegenkommen. So. Und deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Und spielt schon brav weiter. Und beim drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.